Bebop-Mädchen, der Podcast, der MusikerInnen bewegt. Mit Themen rund um die Karriere und allem, was dazugehört. Gewürzt mit einer Prise Feminismus. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu einer neuen Podcast-Folge von Bebop-Mädchen. In der letzten Folge war es ja eine Live-Version, die ich im Grassi-Museum halten konnte, was einfach eine wahnsinnig geile Location war. Und heute bin ich wieder online für euch da. Es ist leider heute ein bisschen düster in Leipzig. Es hat heute auch ziemlich gewittert. Ich hoffe, ihr seht mich trotzdem gut und hört mich gut für alle, die jetzt auf Spotify oder Deezer oder Apple Podcast eingeschaltet haben. Ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht, in der ich über Stereotype im Jazz geredet habe. Und da habe ich ja über die Figuren gesprochen, als die Frauen immer gerne gesehen werden in der Musik, beziehungsweise damals explizit im Jazz. Und heute soll es um die Popularmusik gehen. Da das ein ziemlich großes Thema ist, wird die Folge mehrere Teile haben. Ich würde gerne noch mal ganz kurz rückblickend sagen, was ich damals rausgefunden habe bezüglich des Jazz, was da von Frauen gesehen oder wie Frauen gesehen und betrachtet werden. Es gab ja da diese vier Figuren. Es gab die Frau als Verführerin, die Frau als Haustier oder als Maskottchen, die Frau als eiserne Jungfrau oder die Frau in der Mutterrolle. Ich glaube, die Figuren sind relativ selbsterklärend. Und für alle, die da noch mal ein bisschen näher reinhören wollen und sich näher mit dem Thema beschäftigen wollen, denen empfehle ich diese Folge, die ich vor einiger Zeit gemacht habe. In der Popmusik gibt es aber tatsächlich auch Stereotype. Nicht nur bezogen auf Frauen, sondern auch bezogen auf queere Persönlichkeiten, bezogen auf Flinterpersönlichkeiten, bezogen auf Bipop-Persönlichkeiten, bezogen auf Männer natürlich auch. Aber in der Folge heute soll es explizit um Frauen in der Popmusik gehen. Also junge Popmusikerinnen werden immer noch aus Gründen beschimpft, die oft halt nichts mit ihrer Kunst zu tun haben. Und sie werden vor allem auch diskriminiert und in bestimmte Stereotype oder Rollen gedrückt. Künstlerinnen wie Miley Cyrus und Ariane Grande haben sich schon öfter geäußert, dass Frauen in der Popmusik immer noch mit Altersdiskriminierung und Sexismus konfrontiert werden. Männer hingegen oder männliche Popmusiker dürfen cool sein, die dürfen Drogen nehmen, die dürfen über Untreue schreiben und da ist es kein Problem. Ich habe da ein sehr schönes Zitat von Lady Gaga. Wenn ich ein Mann wäre und hier mit einer Zigarette in der Hand säße und mir in den Schritt greifen würde, um darüber zu reden, dass ich Musik mache, weil ich schnelle Autos mag und mit Mädchen ficke, würdet ihr mich einen Rockstar nennen. Aber wenn ich das in meiner Musik und in meinen Videos mache, weil ich eine Frau bin und Popmusik mache, dann urteilt ihr darüber und sagt, dass es ablenkt. Und dann hat sie das Kommentar beendet mit den Worten, ich bin einfach ein Rockstar. Also sie geht damit dann schon relativ cool und offen um, aber es ist ja tatsächlich leider immer noch so, dass die Schlagzeilen über Musik und über Musikerinnen, also über Frauen in der Musik und auch über Frauen in der Popmusik explizit mit dem Äußeren sich beschäftigen. Also dass es oft weniger um die Musik geht, sondern viel halt um das Äußere. Was hat die Person an? Wie ist das Musikvideo? Was trägt die Person? Was trägt die Person bei Verleihung? Was trägt die Person auf dem roten Teppich? Und es geht leider viel weniger um die Musik. Und Popmusikerinnen haben da mittlerweile schon solidarische Schritte eingegriffen. Also sie sprechen zum Beispiel über Sexismus bei Preisverleihung und lehnen halt Paparazzi-Fotos ab, beantworten halt keine sexistischen Fragen mehr in Interviews. Einige natürlich nicht alle, das kann man natürlich immer nicht pauschalisieren. Da gibt es auf jeden Fall solidarische Schritte, die man da erkennen kann. Es ist auch schwer von der Popmusik zu sprechen, weil es gibt nicht die Popmusik. Es gibt ja so viele verschiedene Subkulturen und Unterkulturen von der Popmusik, dass es natürlich auch schwer ist zu sagen, die Popmusik. In der Folge spreche ich jetzt halt auch hauptsächlich über große Pop-KünstlerInnen. So KünstlerInnen wie Ariane Grande, Miley Cyrus, Lady Gaga, Billie Eilish. Also wirklich so KünstlerInnen, die halt auch überall bekannt sind und auch im Mainstream relativ bekannt sind. Es ist aber gerade auch bei den großen KünstlerInnen leider immer noch so, dass halt die Musik zwar auch im Vordergrund steht, aber dabei halt oft auch mehr die Beats und die Bühnenshow als die Texte. Ich habe mich selber auch ein bisschen versucht sozusagen zu erwischen dabei und mir ist es selber bei mir aufgefallen, dass ich halt oft, wenn ich Musik höre, ich höre sehr selten Pop, aber wenn ich dann mal Pop höre, dann höre ich oft auf die Beats und auf so ein paar Schlagwörter und auf die Stimme und auf die Instrumente natürlich, was sie machen, aber ich höre nicht so viel darauf, worum der Text geht. Und zum Beispiel der Song von Beyoncé, Pretty Hurts, ist zum Beispiel so ein Song, wo man das explizit sieht, weil der zeigt Frauen in knapper Kleidung und hat aber eine tiefgründige Botschaft im Text. Und zwar geht es um die weibliche Ermächtigung. Und ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt, aber wenn ihr ihn kennt, dann könnt ihr mal überlegen, ob ihr ihn schon mal so in der Hinsicht beurteilt oder gewertet oder gehört habt oder ob ihr ihn immer mehr danach gehört habt, wie sozusagen die Frauen angezogen sind. Natürlich muss man ehrlicherweise sagen, dass es natürlich auch PopkünstlerInnen gibt, die explizit sexuelle Sachen in ihren Musikvideos und auch im Bühnenschutz zeigen, um halt eben auch Aufmerksamkeit vom Publikum zu bekommen. Es ist aber auch da immer die Frage, macht die KünstlerInnen das, weil ihr das ein Label aufdrückt oder sieht sie das als sexuelles sexuelle Befreiung, weil sie sich so kleiden möchte. Ich meine, ich sitze hier auch in einem roten Kleid mit einem tiefen Ausschnitt und ich werde aber von keinem Label oder sowas sexualisiert, sondern es war meine freie Entscheidung, weil ich das Kleid mag und weil es mein Körper ist und weil es meine Entscheidung ist, wie ich mich präsentiere. Aber es ist halt immer die Frage sozusagen, wie man als KünstlerInnen da rangeht. Und vor allem, was halt man nicht vergessen darf, ist halt auch, dass das Publikum natürlich das meistens nicht weiß. Also das Publikum, das zuschaut, das zuhört, setzt sich nicht so oft damit auseinander, warum macht das jetzt eine Künstlerin, sondern das Publikum sieht diese Person und macht sich dann halt die Gedanken einfach dabei. Ich bin jetzt keine Popmusikerin, aber ich bin Jazzmusikerin und auch ich kenne das, dass ich überlege, wie ich sozusagen auf die Bühne gehen kann, mit welchem Outfit ich auf die Bühne gehen kann und wie ich mich einfach auf der Bühne sozusagen präsentieren kann, ohne in einen bestimmten Stereotyp reinzufallen. Und überlege oft so, was ziehe ich an, wie ziehe ich mich jetzt so an, dass es für mich empowernd ist, wie ziehe ich mich so an, dass es sozusagen selbstbestimmt ist, wie ich über meinen Körper mich verhalte. Und mir ist es leider auch erst viel zu spät bewusst geworden, dass halt auch gerade sexy Klamotten was total Empowerndes haben können und dass wir eigentlich auch als KünstlerInnen gar nicht uns so sozusagen diese Mauer im Kopf selber bauen müssen und sagen müssen so, das darf ich jetzt nicht anziehen, weil dann sexualisiere ich mich. Ja, wenn ich mich gerne sexualisieren möchte, warum nicht? Und klar ist dann die Gefahr hoch, dass dann Leute sozusagen mich nur so wahrnehmen oder dass dann Kommentare dazu kommen. Aber dann muss ich halt das Selbstbewusstsein haben, um damit umzugehen. Das ist halt, glaube ich, der viel schwierigere Punkt. Und ich glaube, wir machen es uns gegenseitig manchmal auch sehr schwer, gerade wir so als Frauen, dass wir dann irgendwie eine Künstlerin in kurzen Klamotten sehen und denken so, warum muss die sich jetzt so sexuell verkaufen? Anstatt mal zu überlegen, vielleicht ist das empowernd, was sie gerade macht und vielleicht möchte sie das machen, weil sie einfach ihren Körper mag und das als wahnsinnig empowernd empfindet, mit einem tiefen Ausschnitt auf der Bühne zu stehen. Es ist halt immer die Frage sozusagen, ist dieses Outfit, was ich auf der Bühne habe, ist es empowernd oder ist es sozusagen nur für die Vermarktung da, um Aufmerksamkeit zu erregen? Oder ist es halt eine Form der Emanzipation? Wenn man mal schaut, was sich innerhalb der Emanzipation bis jetzt getan hat, gibt es natürlich sehr, sehr tolle Bewegungen. Also gerade in Deutschland sind die Frauen so emanzipiert wie noch nie. Natürlich in anderen Ländern auch, aber da ich jetzt aus Deutschland komme, spreche ich jetzt explizit mal über Deutschland. Also Frauen werden gesetzlich in Vorstände gehoben, werden motiviert, in die Politik, in die Technik zu gehen, in MINT-Berufe zu gehen. Wenn man sich zum Beispiel die geschlechtergerechte Sprache anguckt, die MeToo-Bewegung, dass es auf Netflix ganz viele DarstellerInnen gibt, die total emanzipiert sind, dass es ganz viele starke Frauenrollen gibt. Man denke nur an Lagertat zum Beispiel aus Vikings, dass Joko und Klaas Dickpics kritisieren, dass dieses Denken von Frauen oder das Denken über Frauen als Subjekt geändert wird, dass das Geschlecht divers anerkannt ist, dass queere Sexualität mittlerweile in Ordnung ist und dass es total okay ist, irgendwie seine Sexualität in eine bestimmte Richtung auszuleben. Also es hat sich schon wahnsinnig viel getan einfach. Aber natürlich steckt es immer noch in den Kindern schon, selbst wenn es da jetzt mittlerweile einen Fokus drauf gibt, selbst wenn es einen Fokus gibt auf geschlechtergerechter Sprache zum Beispiel, sind wir ja immer noch nicht sozusagen am Endziel an der Gleichberechtigung ankommen, wenn man sich zum Beispiel nur den Gender-Pay-Gap anguckt. Aber dieser gesellschaftliche Trend spiegelt sich natürlich auch in der Popularmusik wieder, weil natürlich Frauen viel selbstbestimmter mit ihrem Körper umgehen können und das auch tun. Und man darf trotzdem nicht vergessen, dass es halt Stereotype immer noch in der Popularmusik gibt. Das liegt aber natürlich auch am Publikum und auch daran, wie das Publikum halt auch die KünstlerInnen auf der Bühne sieht. Und was natürlich auch nicht wegzudenken ist, jetzt ganz abgesehen von den Bühnenoutfits, ist halt immer noch die Verteilung von Frauen und Männern beziehungsweise Flinterpersonen und Nicht-Flinterpersonen, weißen Cis-Männern etc. auf der Bühne, was Sängerinnen und Instrumentalistinnen oder Sänger und Instrumentalisten angeht. Und auch einfach die Verteilung von den Geschlechtern, wenn man sich große Festivals anguckt, wie Rock am Ring, wo der Durchschnitt immer noch bei 5 Prozent einfach Frauen liegt, die da auf diesem Festival spielen. Also natürlich sind wir noch ganz weit weg von der kompletten Gleichberechtigung. Aber man muss sagen, es geht schon auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wenn man sich natürlich auch anschaut, wie Labels oft auch noch die Frauen sozusagen sexualisieren oder die KünstlerInnen sexualisieren, ist natürlich immer noch klar, dass es immer noch Stereotype in der Musik und auch in der Popularmusik gibt. Ich meine Frauenkörper mit tiefen Ausschnitten, mit kurzen Klamotten, die halt explizit so inszeniert werden und die sich nicht selber so inszenieren, sind immer noch da. Also wir haben immer noch diese ganz starke Heteronormativität und natürlich auch einen ganz starken Male Gaze, der einfach nicht wegzudenken ist. Für die, die jetzt zuhören und denken, hä, was ist denn ein Male Gaze? Das ist sozusagen die männliche Sichtweise, dass sozusagen die männliche Sichtweise das bestimmt, was gezeigt wird. Das ist halt immer noch leider nicht wegzudenken. Ich habe neulich eine Dokumentation gesehen von Arte, die hieß Knick Knack, da ging es um Sexualität und da ging es auch um den Male Gaze und dann ging es um einen Test, der für das Fernsehen beziehungsweise Film und Fernsehen entwickelt wurde und zwar der Bechtel-Test. Und das ist ja jetzt kein wissenschaftlich geprüfter Test, aber der Test gibt auf jeden Fall sehr gute Einblicke und ich fände es total spannend, wenn es sowas auch für die Musik gäbe. Ich suche immer noch nach einer Form, wie man das gut machen kann. Wenn ihr da draußen eine Idee habt, dann schreibt mir sehr gerne eine Nachricht oder kommentiert einfach diese Podcast-Folge. Der Bechtel-Test besteht lediglich aus drei Fragen. Wie gesagt, er ist nicht wissenschaftlich, aber er wird trotzdem herangezogen, um die Stereotypisierung von weiblichen Figuren in Spielfilmen wahrzunehmen und zu beurteilen. Und der wurde erfunden von der amerikanischen Cartoon-Zeichnerin und Autorin Alison Bechtel und zwar 1985. Also den gibt es auch schon eine Weile, aber der ist immer noch aktuell einfach. Der Hintergrund dieses Tests war eine Untersuchung The Center of the Study of Women in Television and Film von der San Diego-Universität. Und hier haben sie Spielfilme von 2007 bis 2012 angeguckt. Und da ist ihnen halt aufgefallen, dass ein Drittel mit weiblichen Hauptrollen nur besetzt war, also zwei Drittel männliche Hauptrollen, ein Drittel weibliche Hauptrollen. Und dann haben sie halt Fragen herangezogen. Und das waren drei Fragen, wie vorhin schon erwähnt. Und die waren halt, gibt es mindestens zwei Frauenrollen, sprechen diese miteinander und unterhalten sich diese Frauen über was anderes als Männer. Wenn ihr selber mal daran denkt oder daran denkt, wenn ihr Filme geschaut habt, dann wird euch vielleicht bewusst, dass es oft echt gar nicht so viele Frauenrollen gibt und wenn sie miteinander reden, reden sie leider oft über Männer oder sie unterhalten sich halt gar nicht miteinander. Ich fände es total spannend, wenn man diesen Test für die Musik umswitchen würde oder auch für die Popularmusik einfach umswitchen würde. Zum Beispiel für Musikvideos. Also wenn euch da gute Fragen einfallen, dann seid da gerne dran, forscht da gerne und erfindet sowas ähnliches wie den Bechtel-Test für die Popularmusik. Man hat immer noch diese Maygays in der Popmusik. Sehr viel, nicht natürlich nur. Es gibt natürlich auch Künstlerinnen, wie vorhin schon gesagt, die sich selber sexualisieren und sich selber auch inszenieren. Wenn zum Beispiel eine Lady Gaga im Fleischkostüm auf der Bühne steht, nur als kleines Beispiel. Oder wenn ihr Billie Eilish zum Beispiel ihren Körper so verhüllt, dass man gar nicht ahnen kann, wie ihre Brust und wie ihr Po geformt ist. Natürlich gibt es das auch. Aber diese Stereotype und dieser Maygays, der ist immer noch sehr stark einfach in der Popularmusik. Das merkt man auch an diesen sexistischen Kommentaren gegenüber weiblichen Popkünstlerinnen. Die gibt es leider immer noch sehr, sehr oft. Zum Beispiel Miley Cyrus hat das bei einem Auftritt von den VMAs erlebt. Sie hat in dem Podcast Joe Rogan Experience. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt, aber wenn nicht, dann hört doch mal rein. Hat sie drüber berichtet. Und Zitat von Miley Cyrus. Ich habe einfach nur ein paar Fragen gestellt. Kein Lieberscheiß oder so. Ich wollte, dass die Lichter abgedreht werden und dass dann das gesamte Licht des Raumes nur mich anstrahlt. Also kein Keylight, kein Beautylight. Das Beautylight wird immer bei Frauen benutzt und ich sagte ihnen, sie sollen diese scheiß Lichter abdrehen. Du würdest Travis Scott oder Adam Levine nie sagen, dass du das Beautylight nicht abdrehen kannst. So Miley. Ich weiß übrigens nicht, ob ich Adam Levine richtig ausgesprochen habe. Sorry für vielleicht einen Versprecher in der Hinsicht. Darauf sollen die Zuständigen dann eingewilligt haben, für Miley dasselbe Licht zu machen wie für die männlichen Stars. Dann hätten sich ihre Armbänder während des Auftritts ständig verfangen, woraufhin sie dann zu hören bekamen, du wirst wie ein Typ behandelt werden. Wir würden uns nicht mit solchen Sachen aufhalten, wenn hier ein Typ stehen würde. Und sie hat gesagt, gut, ein Typ würde das nicht tun, weil er eure Show nicht mit Sex verkaufen würde, so wie ich es machen werde. Es gibt in der Popularmusik immer auch Gegenbewegungen zu diesen Stereotypen und dem Sexismus. Rap Stars wie Cardi B, zum Beispiel die feiern Frauenkörper Sex und Zusammenhalt oder wie schon vorhin erwähnt eine Billie Eilish, die sich verhüllt. Billie Eilish hat gesagt, ich möchte das Weltbild der Menschen auf den Kopf stellen. Ich möchte das andere sein. Und sie ist damit das Idol der Generation Z geworden. In den elektronischen Beats paaren sich Lyrics mit großen Ängsten, die diese Millennials haben. Schmerzhafte Einsamkeit, die man spürt, wenn man ständig online ist, kennen wir vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal Dating-Apps benutzt hat oder wenn man einfach nur vor Facebook oder vor Instagram oder TikTok vor sich hin guckt und runterscrollt und sein Feed anguckt und sich dabei einsam fühlt, obwohl man ja tausend Likes hat und Kommentare, was einem ja nichts bringt und was einem auch nicht die Einsamkeit kompensiert. Dann singt sie von der toxischen Liebe. Wenn man sich zum Beispiel in einen Narzissen verliebt hat, ich weiß nicht, vielleicht ist euch das schon mal passiert. Ich hatte schon ein paar toxische Beziehungen und es ist auf jeden Fall nicht so schön. Und sie singt von der Schlaflosigkeit, die man hat, bei der man selbst zu dem Monster wird, bei dem man sich sozusagen in den eigenen Gedanken verliert. Modisch wird sie vergöttert wie zur letzten Madonna in den 1980er Jahren. Und das ist absurd, weil Billie Eilish halt nicht diesen All-American-Girl-Glamour versprüht wie zum Beispiel eine Taylor Swift. Die trägt halt keinen Eyeliner, keine Tiffany-Ringe wie eine Ariane Grande und hat auch keine Kurven wie eine Katy Perry. Und trotzdem wird sie halt von dieser Generation und nicht nur von dieser Generation, sondern auch von anderen total vergöttert. Billie Eilish hat in der Kooperation mit Calvin Klein gesagt, eine erfolgreiche Popsängerin zu sein, muss nicht bedeuten, sich extrem zu schminken oder den Körper zur Schau zu stellen. Zitat Ich möchte nicht, dass die Welt alles über mich weiß. Deshalb trage ich große, weite Klamotten. Niemand kann sich eine Meinung bilden, weil man nicht sieht, was sich darunter befindet. Niemand kann sagen, oh, sie ist schlank, sie ist dick, sie hat einen flachen Hintern, sie hat einen fetten Hintern. Niemand kann es sagen, weil es halt eben keiner weiß. Und sie genießt halt eben dieses aufmüpfige Gefühl, sich nicht anzupassen, sondern was sehr, sehr Eigenes zu sein und auch was sehr, sehr Eigenes sozusagen zu zeigen. Und sie spricht halt dieser Generation, glaube ich zumindest damit, total aus dem Herzen dieser Generation, die halt die Nase voll hat von dieser künstlich hergestellten Popmusik, die immer bestimmte Schemata produziert und halt auch bestimmten Algorithmen folgt. Und das finde ich schon ganz spannend, weil also ich meine, unsere ganze Gesellschaft, siehe Instagram, TikTok etc. folgt halt einfach bestimmten Algorithmen. Und natürlich geht die Kunst und Kultur, weil die sich ja auch verkaufen muss, geht die halt mit diesem Algorithmen mit. Und es ist total spannend, dass so eine Künstlerin wie Billie Eilish so groß geworden ist, obwohl sie halt, diesen Algorithmen sogar widerstrebt und eigentlich was komplett Gegensätzliches macht. In der nächsten Folge werde ich mich noch ein bisschen weiter mit den Stereotypen in der Popmusik beschäftigen und natürlich auch mit Billie Eilish und vor allem auch mit dem Wandel von Billie Eilish. Jetzt freue ich mich aber erst mal, dass ihr eingeschaltet habt heute und wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört und freue mich schon total, wenn ihr in zwei Wochen einschaltet zu Teil 2 von Stereotype in der Popmusik. bis zum nächsten Mal.